Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Ja, ich habe wieder ein Epic Fail gemacht und zwar habe ich den Haiköter ins Wasser geschmissen und wollte zuerst die Insel hier oben erkunden. Schlau, 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 nicht. Ja, den habe ich jetzt perfekt ruinieren lassen. Ich bin so blöd, dass die Hälfte genug ist, muss ich echt schon sagen. Na gut, ähm, ja, das war, das war nicht sehr schlau von mir. Ähm, wurscht, würde ich mal sagen. So, ich packe das jetzt mal alles schön weg. So, die Sämlinge kommt da rüber. Auch die kommt hier rüber, das kommt da rüber. Na nü? So, genau. Äh, da, 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 den Rest haben wir. Mungosamen kommen noch da hin. Gut, so, da können wir unser Essen noch bunkern. So, Ananas haben wir auch schon genug gelagert, dann, das passt auch schon. So. Jo, das heißt, ich trottel, muss mir jetzt noch eine Angel bauen, weil, sonst brauche ich gar nicht, sonst brauche ich da gar nicht erst tauchen gehen. Ich wollte mir jetzt die bessere machen, aber da merke ich gerade, das haut nicht hin. Und das wird nichts. So, dann muss eben die hier, dann muss die hier, her, her. So, gut. Ähm, dann gehen wir mal schnell fischen. Ich bin so blöd. Ich schäme mich schon für meine eigene Blödheit. Echt, muss ich schon mal sagen. Scheiße. Ja, egal. Bauen wir uns halt schnell neun und, oder zwei gleich, wenn wir Glück haben. Und dann gehen wir halt wieder tauchen, weil ich glaube, da oben sind wir jetzt eh so ziemlich fertig. Und ja, wird schon werden. Jawohl, eine Sebrasse haben wir schon mal. Sehr gut, sehr gut. So. Scheiße. Ja, und dann hoffe ich auch, dass wir noch ein bisschen Erz finden. Erze können wir gar nicht genug haben, weil ich will hier das Schiff, den Rumpf sozusagen, noch gut ausbessern, dass der Hai uns in Ruhe lässt. Nach Möglichkeit. Jo. Gut. La 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 la. So. Und die nächsten. Mistviech. Es wäre auch cool, wenn wir ihn umbringen könnten. Umbringen. Dann, äh, hält man noch länger Ruhe vor ihm. Kerzenflasche. Kein sehr helles Licht, aber ein hübsches. Okay. Warte mal. Das würde sich doch gut machen. Eigentlich in unserem Büro, ne? Da wäre so ein Tisch nicht schlecht. Oh, so könnte es was werden, ne? So. So. Ja. Gut. Hätten wir das auch. Äh. Haiköder. Seil fehlt. Das macht überhaupt nichts. Haben wir alles da. So. Passt. Gut. Das zu dem. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob der Hai uns schon wieder irgendwas kaputt gefressen hat. Na? Na? Erstaunlicherweise nicht. Wow. Unglaublich. Gut. Wir sind ja schon wieder hungrig und durstig. Okay. Habe ich noch. Na, ich habe keine Schüssel mehr, verdammt. Egal. Dann essen wir halt mal. Ich wollte es gerade sagen, ne? Da rühren wir es ja. Ich höre. Heureka. Ich schaff's gleich noch mal klar. Aber einen Schlag kann man ihm versetzen können. Ja. Kunststoff. Gibt's hier etwas mit nur Kunststoff? Das eventuell. So. Passt. Gut. So. Halt. Doch. Passt schon. So. Da wollte ich hin. Ich wollte nämlich das Fischlein hier braten lassen. So. Und das wollte ich mal essen. Und den wollte ich verknuspern. Und eine Kartoffel werden wir braten. Passt. Gut. Dann gehen wir arbeiten, ne? Wird's jetzt Abend? Jo. Scheiße. Nichts mit arbeiten. Nichts mit arbeiten. Da habe ich... Oh nein. Das Mistviech. Hat mir eine Ananas gestohlen. Mistviech. Gut. Dann würde ich sagen... Seien wir gleich wieder nass. Hier. Ja. So. Bauen wir wieder unser Gemüse an, ne? Oh. Wir haben schon sehr viele Rüben. Das wäre schon bald besser. mehr Kartoffeln zu pflanzen. So. So. Und so. Und von den Blümchen her. So. Wie viel Sämlinge haben wir? Einen. Das ist nicht viel. Aber wir könnten ja... Wir könnten ja... Wir könnten ja... So. Du, schleicht die. Das ist meine. Das ist meine Ananas. Mistviech. So. Ich muss so schnell ein Sämling holen. Und ich fürchte, ich muss eine neue Vogelscheuche bauen. Sind halt echt nur... Ist echt nur ein geringfügiger Schutz, ne? Die ist nämlich fertig. Die kann ich ganz getrost entfernen. Was? Drock. Dann bauen wir uns gleich eine neue, oder? Ich glaube, mir fehlt ein Nagel. Dreck. Die können wir auch wegtun. Die ist auch fertig. Vielleicht kriege ich da noch einen Nagel zurück. Okay. Fein. Zwei sogar. Aber ich... Ja. Ist ja schon gut. Nur mal kurz. So. Vogelscheuche schnell aufstellen. So. Und aufheben. Gut. So. Das wächst. Das wächst auch. Passt. So. Ich werde mal die Ananas wegessen. Ein bisschen Obst tut uns nicht schaden. So. Die Blümchen tun wir wegräumen, damit ich Platz habe zum Sachen sammeln. Und schlafen muss ich auch noch vorher. Eine Runde. Eine Runde pennen. Äh. Falsch. So wollte ich das haben. Genau. Nein. Du. Reißen sie sich zusammen. So. Den Köter brauche ich dann am nächsten Tag. Das können wir stacken. Kupfer kann ich noch was machen. Tap, 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 tap. So. Eine Blanke platzieren. So. Passt. Dann. Farbe könnte ich noch mitnehmen. Weh. Nicht drauf gehen. Farbe. Ähm. 200 hier. Bisschen weiß. Blau. Blau könnte ich noch ein bisschen was machen. Glaube ich. Habe ich jetzt blau? Hatte ich blau schon in den Topf geschmissen? Ich weiß es nicht. Egal. So. Ist ja wurscht, wenn wir ein bisschen mehr Farbe haben von einer Variante. Schwarz habe ich gemacht. Okay. So. Nicht wundern. Die Farbe wird erst gemacht, wenn wir uns wieder bewegen. So. So. Sehr, sehr schön. Gut. Dann legen wir uns mal hin. Was? Ach. Ist schon zu spät. So. 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 Wir haben ihn besiegt. Also, besiegt ist falsch. Wir haben unser Floss gerettet. So. Einmal reparieren, bitte. So. Das hält. Gut. Äh. Den Köder. So. Das tun wir mal schon auf die Seite. Ist das schon fertig geschmolzen? Tatsächlich. Das trifft sich ganz hervorragend gerade. Dann kann ich nämlich noch das letzte Kupferstück hier verarbeiten lassen. Das Kupfer bringe ich schnell in Sicherheit. So. Weil wenn ich wieder versterben tue, dass ich das, was wir hier drinnen haben, wenigstens safe haben, ne? Ah. Da hätte ich eh noch eins auf Reserve gehabt. Einen Haifischköder. Der ist für später. Den Nagel schmeiße ich noch da rein. Schaufel und Schere auf jeden Fall. Aha. Da fehlt auch so ein Ding. Äh. He he. Brauche ich so viele Muscheln? Eigentlich nicht, oder? Dann werde ich hier mal die Schaufel reintun. Den Köder nehme ich mit von mir aus und die Schere tue ich rein. So. Dann haben wir das schon gut gesichert. Ähm. Ich habe ja immer noch keine Ahnung, wofür wir eigentlich diese Muscheln brauchen. Also, außer fürs Nest halt, ne? Ich tue es da rein. Weil wie gesagt, wenn das vor die Hunde geht, ist es wurscht. So, das nehmen wir auch mit. Wir haben einen Seemling bekommen. Ja, den spare ich mir jetzt mal auf. Das futter ich noch weg. Was wollen sie? Lass mein armes Ding in Ruhe. So. Den Seemling sparen wir wieder. So. Gut. Auf ein neues. Ich habe da oben jetzt aber nirgendwo dreckig gefunden, ehrlich gesagt. Vielleicht dann bei der nächsten Insel, jetzt wo wir wieder eine Schaufel haben. So. Nicht vergessen, den Köder reinzuschmeißen. So. Mit ein bisschen Glück beißt er eh gleich an. Ich hätte mir auch können, einen besseren Haken bauen. Fällt mir gerade wieder ein. Ist es so weit? Tatsächlich. Vielleicht kann ich ihn ja auch besiegen. Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Wenn er den jetzt oft genug angeht. Vielleicht können wir ihn umbringen. Umbringen. Dann. Dann. Wäre das für uns auch nicht schlecht. Irgendwie. Aber es kostet halt verdammt viel Zeit, glaube ich, ne? Ah, der Speer wäre halt schon cool. Normal müsste es ausgehen, der große Metallspeer. Ich glaube, so viel Metall hätte man sogar. Ja. Metallbahn und ein Bolzen. Metallspeer. Dann verbrauchen wir den Holzspeer. So. Ich probiere dann mal mit dem hier. Vielleicht hat der Hei jetzt auch keine Lust. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Ah, er kommt schon. Tod ist er noch nicht. Ist der Köder jetzt kaputt? Na, da ist er. Ne, gehen wir wieder ein bisschen auf Abstand. Das ist aber schon fast ein bisschen doof, ne? Netzwerfer, stimmt. Das wollte ich auch noch bauen. Da brauchen wir Schrott, Kunststoff, Metallbahn und Bolzen. Okay. Richte ihn auf ein Tier, um es zu fangen. Okay. Das brauchen wir, glaube ich, für die Schäfchen brauchen wir das, glaube ich, auch, ne? Dann können wir es mit aufs Boot nehmen. Ein Fernglas habe ich auch noch nicht gebaut. Alter Schwere, ne? Es regnet, es regnet, es regnet, es regnet. Okay. Heifisch, beiß nochmal an. Ich gehe dann schon tauchen. Ich sehe da unten haufenweise Schrott da. Und den brauche ich. Ja, er kommt schon. Oder soll ich es nochmal probieren? In der Hoffnung, dass er stirbt. Äh. Verdammt, der braucht, der kann aber echt viel einstecken, ne? Wenn ich jetzt wissen würde, was das für ein Damage-Unterschied wäre, ne? Das wäre schön, wenn der mehr Damage machen würde, auch, ne? Naja. Ich sollte es vielleicht sein lassen. Ich wollte ja tauchen gehen. Oh, ich gehe sofort tauchen. Das wollte ich jetzt auch nicht. Wenn der Hai kommt, putzt er mich weg. So, bitte knuspert nochmal den Haifischköder an, weil dann gehe ich wirklich... Ich will ihn halt gerne am liebsten umblingen, ne? Habt dich gesehen. Der glaubt wohl, ne? Der kann mich da schädeln. Was haben wir denn noch? Die können wir hier anbauen noch. Als Möwenfutter. Ich wollte nämlich schon mal testen, ob das automatisch nass wird. Aber es schaut nicht aus, ne? Aber doch, 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 doch. Doch, doch, bei Regen. Oh. Der knuspert gerade halt unser Floß an. Das geht aber überhaupt nicht. Haben wir ihn jetzt vertrieben? Aha. Also macht quasi... Ups. Der Speer doppelt so viel Schaden wie ein Holz-Ding. Oh. Wir können ganz oft reinstechen. Stechen. Haben wir jetzt alles? Ich will probieren. Geht da noch mehr? Oh, wir hätten ganz viel mehr Fleisch von ihm haben können. Oh, mit Trophäe. Wo kann der Rest des Haies hin? Sehr gut, jetzt haben wir Zeit. Das gefällt mir. So. Das gefällt mir sehr gut. So, jetzt können wir schön in aller Ruhe hier arbeiten. Habe ich noch Platz? Ja. Weil den Schrott möchte ich auch gerne mitnehmen. Gut. Dann können wir uns gleich eine bessere Hake bauen. Nach Möglichkeit, weil die ist eh so schnell erschöpft. Vorrück. Klipper machen weiß ich jetzt nicht. Ich werde das jetzt mal alles da rein shoppern. Der Haken geht noch ein bisschen. Heideka! Das müssen wir jetzt ausnutzen. Also ich muss das ausnutzen. So. Zack. Zack. Und dann bauen wir uns schnell einen besseren Haken. Was haben wir hier? Steine, glaube ich, ne? Steine habe ich zwar eh mehr als genug. Das zu sammeln ist eigentlich ein Schwachsinn, aber naja. Ist wurscht. Nehmen wir alles mit. Zur Not muss ich halt noch zwei, drei Truhen bauen. Ah, jetzt ist der Haken hin. Gut, gut. Und. Oh ja. Na nü. Ach so. Ich bin beim Netz. Zeig mir grad. Na, würdest du jetzt da? Schwupp. Hä? Jetzt. Sie will nicht raus. Ich will nicht raus. So. Ähm. Den will ich haben. Schrott habe ich jetzt zu... Habe ich genug. Fällt mir grad ein. Bolzen müsste ich dann auch haben. Äh, ähm, da. Schrott. Den Baren zum Bolzen machen. Blanken. Und ein Seil. Seil haben wir da oben. So. Geht schon. Zack. Haben wir schon einmal hergestellt. Den Netzwerfer. Ah, da brauche ich jetzt Metall dann ganz dringend. Okay. Äh. B, C, D, E, F, G. Also. Ich werde das jetzt mal da. Sind wir hungrig? Ja. Hungrig und durstig. Das heißt ganz schnell. Ganz schnell und flottig. Und stärken. Schnell auffüllen. Drei. Na, mach. Und vier. Und ein letztes Mal. So. Geht schon. Ganz schnell rauf zur Küche. Dann können wir gleich dann das Haifischfleisch auch, ähm, hier grillen. Ganz fix und schnell. So. Blanken. Ganz wichtig. Äh. A, B, C, D, F, G. So. Dann werden wir das gleich schnell wegfressen. Aber wir sind eh hungrig. So. Nom, nom, nom. Und ein weiteres Mal. Nom, nom, nom. Gut. Das hätten wir schon mal. Sag mir, der Hai ist schon wieder da. Das ist ja unwahrscheinlich. Gekum. Jetzt haben wir aber nicht viel erreicht. Fuh. Übel. Ganz, ganz übel. Ha. Jetzt habe ich gerade mal das kleine Eck da unten fertig. Okay. So. Netzwerfer. Da haben wir jetzt noch ein paar, ein paar hat mich, hat mir das gefehlt. Schrottenhaufen. Dann hätte ich den auch schon mal gebaut. Empfänger und Antenne müsste ich auch mal bauen. 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 Ja. Dann werden wir das derweil mal wieder lagern. Das können wir stacken. Den Kopf haben wir auch da rein. Ich glaube, ein Trophäen-Ding, wenn wir haben. Den großen, den da. Können wir wahrscheinlich das draufhängen. Wo ist der Rest? Das heißt. Das ist echt. Also ich meine, ha, ha. Ne? Wo ist der Rest? Das heißt. Futsch. Hi, Fisch. Da ist er. Schwimmt er weg? Gut, 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 gut. Wird es finster? Hm. Was war denn das jetzt? Ah. Ich glaube, der wollte gerade einen Köder wegfressen. Dann habe ich ihn einfach so beim Anvisieren des Köders schon verjagt. Das heißt, man kann ihn auch beim Vorbeispimmen treffen, ne? Wenn man Glück hat. Das ist auch gut zu wissen. Nein, es ist finster. Wir legen uns mal kurz hin. Tap, 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 tap. Also, gutes Nächtele. So. Passt. So. Wo ist er denn? Hallo? Komm, lass dich ein bisschen kitzeln von unserem neuen Speer. Aber hin, wenn du da auch recht schnell, ne? Platz hätte ich. Da würde er sich erst decken und den Kopf würde man nochmal kriegen, ne? Hallo? 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 Mist, Fisch. Wo bist du? Ich sehe den jetzt nirgendwo. Da ist er. Hat's gekitzelt? Nein. 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 Ich muss ihn jetzt da ein bisschen beschäftigt lassen, weil... Sonst frisst er uns noch weg. Hallo? 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 Aber theoretisch müsste er jetzt doppelt so schnell sterben als vorher, ne? Da ist er. Da ist er. So. So. will sie dann schnell gestohlen gestohlen ist falsch gesagt geerntet sagt das haben wir auch gleich wieder jetzt habe ich gedacht ich habe ihn gehört da war das eine welle da ist okay das funktioniert nicht kommt da das tut er wie sie nicht schade ich hätte gedacht wenn er vorbei schwimmt nur dass ich ihn erwische aber vielleicht muss es ein absolut perfektes timing sein ich würde auch gern wissen wie viel dämmels der kerl schon einstecken musste ob man schon die ganzen namen sieht ich lasse mich jetzt einmal fressen wenn sie es ich weiß schon da ist ja schon da auf kommando war das jetzt ne auf kommando miss wie ich auf ansage voll gemein blöde blödes fisch ich musste schon zwei stecks machen okay okay ja wo ist er denn ja wo ist er denn komm komm lass dich etwas kitzeln komm lass dich etwas kitzeln da ist er äh ach geht es eigentlich mit dem bogen auch achso ich habe keinen na das geht so nicht ach die kannst du haben rüben haben wir eh so viel die rübe die rübe die rübe eine auf die rübe okay ist der köder noch da ja ah meine güte hallo wie er nicht verrecken will ne das kostet alles zeit der party schwirr zu ende ich habe nichts geschafft Mistviech na gut tut leid der part war echt unter aller sau ich wollte jetzt eigentlich schön elegant die insel abernten achso haben wir eier nur feder nach wie vor ne das dauert scheinbar in seiner zeit ich werde hier oben auch gleich wieder was anpflanzen da und zwar die hier die können sie ohne weiteres verspeisen das ist überhaupt kein kein problem so bitteschön so so zack 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 so zack und von mir aus so zack zack so dann können wir mal gemütlich was essen noch nom 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 und noch trinken ganz schnell so dann werden wir auch gleich das Flascherl wieder befüllen so da haben wir eh Zeit da haben wir eh Zeit ne so 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 zweimal dreimal viermal wenn der wenn der hei jetzt das nächste mal verreckt werden wir sofort herumschwimmen und schauen dass wir Erze kriegen damit unsere Schmelze was zu tun hat ich könnte mal angeln stimmt bis der haifisch wieder kommt kann ich fische und den part beenden das wäre auch nicht schlecht ich glaube das werden wir auch machen ihr lieben und dort war es wieder für heute ich bedanke mich von ganzem herzen fürs zuhören fürs zuschauen wünsche euch einen schönen tag einen schönen abend je nachdem weil ihr das video schaut und wir hören uns beim nächsten mal Tschüssi